Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Mario Kart and Wii Nachdem ich eine kleine, was heißt kleine, relativ längere Pause von Mario Kart Wii eingeschoben habe Das liegt ja darin, dass ich den Story Part, sag ich es einfach mal so, eigentlich abgeschlossen habe Witteln wir uns jetzt nur noch online zu, bis Part schießt mich tot, kommt drauf an wie lange, es kann bis 150, 200, es kann auch nur bis 50 gehen, kommt drauf an wie viel ich Lust habe Und jetzt möchte ich gerne mal online gehen, liebes Nintendo, liebe Weh, liebe Spiel Ich werde es jetzt immer so versuchen, irgendwann aufzunehmen, so heute noch, glaube ich momentan habe ja ja Internetprobleme hier Komm schon So, also geht ihr noch online weiter Morgen, beziehungsweise, ich weiß nicht, wenn ich das Video hochleite heute Ob das Community Event jetzt, komm mach hin Morgen ist Weihnachten Warum muss Technik so langsam sein? Na, eigentlich! Das hat mir schon zu lange Ich hasse diese Tage immer Ich hasse es nicht, wo es nicht funktioniert Boah, vielleicht kommt die Fehler, wenn ich sie schon wieder kommen Alter, dann gehe ich mal nach langer Zeit wieder was aufnommen und die ganze Kacke funktioniert nicht Ein schönes Bild, die Erde Die Erde, die besteht aus viel, 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 viel Wasser Viel, 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 viel Wasser, kaum Land Ah, es tut mir einen gefallen, so Ich gehe noch mal kurz die Freunde, das ist so durch Ja, einer hat mich gefragt, ob ich ihn schon Und äh, gerne, aber es ist keiner on Das heißt, ich gehe ganz normal in Global 6.315 Punkte Da war ich schriegeblieb mit Yoshi So happy Mit den Ne, was habe ich denn, letzte Mal genommen Ach du scheiße, ist das schon so lange her Erstmal sucht er nach Spielen, das kann auch wieder dauern Wir sind schon drei Minuten auf der Uhr bei mir Drei lange Minuten Zum einen, okay, wir haben 2, 4, 6 Spieler Einer aus Frankreich, Einer aus Deutschland Einer aus Frankreich, Einer aus Frankreich Einer aus Frankreich Also die Parts werden jetzt immer nur noch 20 Minuten lang gehen Und ich versuche das jetzt nicht mehr länger zu machen Als 20 Minuten, das reicht 20 Minuten, das reicht Meiner Meinung nach, denke ich mal vor euch auch Im Moment leide ich ja eh, ein Mast hoch Da ich ja eh muss dann Urlauber Dann habe ich die Zeit So 20 Minuten Rechnet mit 4 Rennen Mit 4 oder 5 Rennen pro Part Ich schneide nichts raus Nein Ich kenne andere, dass wir die schneiden Immer diese Ladebildschirme weg Und die Auswahl schneiden sie weg Das mache ich nicht Nein Ihr seid live Darum geht es um, links geht es live Dabei Live dabei seht ihr das ja auch Ich kann am nächsten daran teilnehmen Ich hoffe, dass sie sind in der letzten Runde Boah, Mario Kartalosch lang nicht mehr gezockt Das ist auch schon Ewigkeiten her Na gut, das ist ja wie Fahrradfahrt Man verliert es nicht Auch wenn Fahrradfahrt Ich weiß nicht, ob ich das auch noch kann Boah, wie ein Fahrradfahrt Ich weiß gar nicht, wie lange ich das letzte Mal das Fahrrad gefahren Mit das schon Ewigkeiten her Da habe ich mich lieber mit veröffentlicht verkehrst Mit so einem Rumor mit meinem Auto Ja Auch wenn ich Sprintpreise extrem teuer sind Mit 163 Ich warte nur noch drauf, dass wir die Oh Gott, da sehe ich viele Punkte Sehe ich sehr, sehr viele Punkte Bei meinen Kontrahenten Das könnte nicht leicht werden Soll es auch nicht Nein Promuitivente vom letzten Mal Ist auch nicht leicht geworden So kommen Mondblickstraße Bitte, 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 bitte Bitte, bitte, bitte Blätter, weil das auch in Ordnung Und ich hoffe, dass ich einen guten Einstand hier habe Bei sechs Leuten Kann ich Beziehungsweise sind nur fünf Okay Es sind nur fünf Und los geht's Ich habe das Gefühl, ich schlafe gleich ein Hier Ich bin echt einer mit Geschwindigkeit momentan gewöhnt Ja, danke für die Bombe in die Fresse Und ich bin doch schon letzter Aber ich kann mal leicht aus Tricks mit Bomben Das seid ihr ja schon gewohnt von mir Ich muss jetzt mal wieder diese Spiegelgruppe Reinkommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Kugel-Willi Juhu So, immerhin mal weiter vorne Position drei Aber wir können mal kein item Oder ich muss das richtig reinkommen hier Ja, ne, die Banane falle ich definitiv nicht rein Oh Gott Was für ein schlechter Einstand hier Das ist ja jetzt auch nicht Außer vielleicht die Daisy Nein, nee, triffst du mich nicht Guck mal, was ich jetzt bekomme, wie das passiert, der hier Dreier Pilze Oh, nicht gerade das beste vom Ei Aber wo Eier, Yoshi, liegt ja Ja Gell, der hat einschkern, das hatte ich auch mal einschkern Oh Gott, das ist ja nicht gerade viel Nein, Gott, der will den Pilz vor der Nase weg, ey Du bist so ein frecher, ey Aber ich halte irgendwie noch mit, wir brauchen auch immer Gold Pilz Richtig viel Schwein gehabt Das war mehr Glück als verstanden Letzte Runde Juhu, ich fahre in Bananen rein Ich fahre in Bananen rein Haha, ich habe noch ein Panzer in den Endern gehabt Ey, das ist scheiße, ich kann sowieso sehr blubber Weg da Okay, zweiter kann ich werden Da muss ich aber ein bisschen konzentrieren, hier hat nichts eingesammelt Okay, ist er runtergefahren oder runtergefallen, was auch immer Ja, der erste Sitte wird nochmal getroffen Und das riecht es rechtlich zum Sieg Sieg Ein super Einstand Der Skari hat natürlich noch sehr was geholfen da hinten Ist das rennen dem voraussichtlich acht teilen Okay, das würde mich freuen Das muss man in der groß vorbereiten Die Kamera müssen installiert werden Die Fernsehzuschauer müssen da sein Tribünen müssen errichtet werden Ja, das ist schon viel Arbeit Es wird noch Kabel müssen gelegt werden Das heißt, die Eintrittskartenschänder müssen errichtet werden Karten müssen gedruckt werden Das heißt, das muss ich vorbereitet werden Wenn man auf solchen Rennen Was haben wir denn das Schönes GbA Bausersfessungs 3 Okay, das ist vielleicht eine Schrecke für mich Aber auch nur vielleicht Also ich habe jetzt neun Minuten auf meiner Uhr Und wir fehlen uns erst am zweiten Rennen Und los Vielleicht macht das durch Ich mache vier Rennen Das ist auch noch eine Maßnahme Das wäre dann einmal Ich habe eingetroffen Kugel will er mich nicht Ja, toll, glaubt er mir das item vor der Nase weg Und den nehme ich aber mit Nein Äh, gerade sage ich noch, ich treffe mich nicht Und da treffe sie mich doch Ich bin nicht ganz schwach Jetzt hier Oh ja Schwer Einmal Platz fahren hier Haha, ich bin Dadurch noch halb groß geblieben Okay Haha Nicht getroffen Ich bin auch gut dabei hier Wahrscheinlich das Gefühl Mal, dass ich hier ein bisschen rum Weg da Muss ich diese Kurve kriegen Okay, bleib mir die items nicht in der Luft Was feindreck ist das denn? Nein Das war ganz, ganz fies Aber ich habe momentan einen sehr, sehr sicheren dritten Platz Da kommt ein Skari von hinten Der die Daisy ja mal ein bisschen trifft Oh Diese Wolke hast du Ich kann ja, wie hast du das drittbasierte bekommen? Sehr schön Mal wohl, ich bin das klein Das stört mich mit B Ist ja nicht Zweiter Aber die Daisy war die ganze Zeit Er ist das letzte Das ist das Na ja, hast du mich getroffen? ha ha ich jetzt weiter geworden eine gute frage hatte mich ist auch überholt zum schluss oder nicht also das war ein bisschen anderen ziel kommen beim zufrieden hier doch ziemlich weiter abstände hier so dass wir durch doch nur dritter ok habe ich dann noch erwischt auf die ziegeraden naja was soll's nächstes rennen nächstes glück kaum hier rennen wird vorbereitet warum schon ein bisschen zu lange wir wollen fahren hier fahren um die wette so wählen noch mal regenbogen boulevard sieben sind nur noch da zwölf am geilsten was kommt schlossgarten ok war gesicht der komische werden irgendwie bekannt vor warum auch immer luigi's piste eine ziemlich kurze strecke kann sein dass er von jemandem kenne war ein gesicht kopf bis sehr ich kann ich doch als zweiter kaltiger und anlegen ich bin lange gefahren ich war einfach feiern hier weil er ist nicht mitgenommen und ich bin schon klein und macht das kein großer unterschied mehr ich war nach vorne nein letzter grauenhaft grauenhaft das reicht auch bis zum ziel hat aber nicht mehr gereicht war das eine schwache leistung muss ich noch konzentrieren drauf nächste rennschrecke kann nur besser werde ich hasse kurze strecken ja ich hasse kurze streich wieder lange haben 15 und noch drin okay warum das denn wenn immer weniger hier wie wir nun haben wir 16 ok das ist ja mal 4 rennen pro part jetzt kommt schlucht schlossgarten das war es ja schon viel stoff war noch in ordnung jawohl regenbogenboulewer los geht's und eigentlich in spiegel gott links ist der erste man hat gerade gesehen gleich gegenseitig unter immer schön aus dem skater raushalten nein es gibt es doch echt nicht hier es gibt es doch normal echt nicht weil ich das so eine leichte stelle und trotzdem wollte ich da ich noch runter das ist aber lange nicht mehr gespielt hat dann kommt das immer so zu schlagen der weltweite verklaut dritter bin ich überhaupt dann spiegel bin ich erst mal gar nicht gewöhnt und ob er schläft dazu ja immer groß sein vom hilft mir nix alles ja ich krieg du kannst möglich kann ich auch von da vorne da ist gar nicht mal runtergefallen dann kann ich ja nach hinten versuche ich mich so recht hier nach vorne da ist wieder auf und davon ich glaube aber nun will ich ja echt haha was gerade kann mich auszwecksen verdammt verdammt nein aber er ist runtergefallen das heißt zweiter platz ist eigentlich sicher sollte sicher sein jetzt kein bock bist du baue hier irgendwie attackieren kann es ist nämlich schon durch deine bananien und da kann nur diese sein zweiter platz das reicht so kommt gut 6 krieg dazu dann sage ich mal bis zum nächsten mal wenn sie da ist let's play mario kate du